Ja mein Bra, es geht nur um Profit. Ich gebe Para aus in der Prada Boutique. Ich habe mich in die Scheine verliebt. Und Ali, mein Bratan, ist jetzt bei Bra Music. Ja, was geht ab, meine lieben Freunde? Und zwar habe ich eine richtig heiße News für euch. Der Rapper Capital Bra hat, glaube ich, in den letzten Monaten wirklich rasiert, würde ich mal sagen, meine lieben Freunde. Ein Hit nach den anderen, ein Gold-Hit nach den anderen, Platin-Alben, was will er noch alles erreichen? Natürlich geht es weiter in die nächste Level-Schiene. Und zwar hat der Rapper Capital Bra sein eigenes Label veröffentlicht. Oder besser gesagt, bekannt gegeben. Bra Music wird es jetzt offiziell geben. Und es gibt bereits schon einen ersten Signing. Was geht ab, was geht ab. Bra Music, ihr wisst Bescheid. Ich wollte mich nochmal bei allen bedanken, die seit Tag 1 hinter mir stehen. Und ich wäre das alles nicht möglich gewesen. Wenn eine Mauer seit hinter mir und auf einmal Kapi schreibt. Allah, unbeschreiblich auf jeden Fall. Und zwar handelt es sich um den neuen Newcomer-Rapper Ali471. Also auch wieder so eine Zahlen-Buchstabierungs-Kombination wie die ganzen anderen hängen geblieben. Es gibt bereits schon eine kleine Hörprobe. Die werde ich euch gleich einblenden, meine lieben Freunde. Es ist ein Feature mit Capital Bra. Ali und Capital Bra haben ein gemeinsames Feature. Natürlich wird das ganze Ding auf die Nummer 1 gehen. Und ich glaube, Ali ist dann schon ein Gold-Rapper, würde ich mal so sagen. Mit nur einem Witz, glaube ich, oder? Krass, 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 krass. Ich sage dazu nur Vitamin B. Naja, wir gönnen uns mal kurz das Video, meine lieben Freunde. Ich würde mal sagen, ich danke euch schon mal, dass ihr eingeschaltet habt. Und Peace! Ja, mein Bruder, es geht nur um Profit. Ich gehe raus und er hat Bruder-Boutique. Ich habe mich in die Scheine verliebt. Und Ali, mein Bruder, ist jetzt Bra-Musik. Alle machen jetzt auf Koks, entlang Gangster. Aber wir sind die G- Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020